Hier kommt die neueste Erfindung vom Barbecue-Markt, ja ganz genau, der Hackdog von mir selbst erfunden, ganz genau. Oh, sieht der nicht gut aus? Ja, dranbleiben, Freunde, dann geht's rund. Willkommen bei der Grillshow. Und hier ist die Weltpremiere, ein Stück Edelstahl der Spitzenklasse, genau, die Hotdog-Presse, ja. Prototyp Johnny führt ihn euch vor. Er kommt, Night Shoe, ein Mann und sein Handschuh kämpfen gegen das Unrecht. Sie kommen direkt aus der Foundation für Lunsen und Wämsen zu euch. Hackfleisch würzen nach Belieben, Freunde, ja, und dann wird das Ding geladen. So, so wird's gemacht. Schön reingestopft und dann kann man sich ein schönes Würstchen rauspressen. Genau, ja, auf die heiße Plansche. Oh, jawohl, und gelungen. Ja, schön eckig muss es sein, ne, da kriegt man auf der Plansche auch die Rundumbäune hin. Hat mich bei den anderen Würstchen immer genervt. Oh, ja, na, sieht das gut aus? Hier, Wendos nehmen und dann, voila. Ja, da spart man sich den Darm um die Wurst. Oh, ho, 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 ja, 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 sieht das nicht gut aus? Oh, ho, ho, der ist eckige Glück, Freunde. Jawohl, oh. Ja, oh, ja, ab ins Brötchen damit. Jawohl, hier sind sie, die Hackdogs. Boah, Brötchen auf, ne? Perfekt. Ja, das passt jetzt perfekt da rein hier, ne? Nichts rausfallen mehr, super. Oh, ja. Da rollt auch keine Wurst mehr hier, ne? So, rein damit, du Lümmel. Oh, ein paar Gurken rein, ne? Guck mal, hier haben wir an beiden Seiten, ne? Jawohl, ne? Und dann, ha, 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 ein Sößchen fürs Höschen oben drauf. Hier, auch Senf, ne, natürlich. Götter auf jeden Hotdog drauf. Ketchup, ne? Oh, ja. Ja, und dann, jetzt andere Dinge natürlich auch nochmal, ja, oder Nachschuss hier, ne? Oh, ja. Hier, einer ohne Senf und einer mit. Und hier, noch ein paar Wurstschwiebeln drauf genutzt, ja. Ja, ganz genau Rezept in der Infobox, Freunde. Hm, jetzt schneiden wir mal an. Mal sehen, ob er auch von innen geil geworden. So, oh, perfekt, jawohl. Ab in den Hals. Ja, danke schön, Test-Johnny, ja. Es hat geklappt. Ja, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte er wieder gesagt, bei dir klappt das ja immer alles, ne? Aber hier, deswegen hab ich den Kameraden mal hingetragen, hier. Dass euch mal zeigt, wo es lang geht. Daumen nach oben, Freunde. Macht auch noch ein komisches Tänzchen da im Hintergrund. Der sieht wirklich komisch aus, der Typ. Zünden, Freunde, jetzt im Handel. Johnnies, Hackdog, Hotdog-Presse, wie auch immer. Lundst es euch rein, ich verlinke es euch. Zünden!